So bereite ich mich auf den Crash an den Finanzmärkten vor. Jawohl, ich bereite mich auf einen Crash an den Finanzmärkten vor. Und wie ich das mache, jetzt hier im Video. Hallo, mein Name ist Jens Raabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und wenn du jetzt ganz neu auf diesem Kanal bist, könntest du denken, dass ich ein eher bärisch eingestellter Marktteilnehmer bin. Also dass ich eher denke, der Markt bricht jetzt gerade zusammen. Und alle, die schon länger dabei sind, die werden vielleicht sagen, was, wieso ist denn der Jens jetzt so negativ? Das ist doch eigentlich eher ein Bulle, der ist doch immer positiv für die Märkte. Und jawohl, ich bin nach wie vor unglaublich positiv für die Märkte. Ich glaube also nicht, wie viele andere, dass wir in diesem Jahr noch große Einbrüche bekommen werden, aus verschiedensten Gründen. Wenn du genau wissen willst, warum ich nicht daran glaube, dass der Markt in diesem Jahr großartig einbricht, dann melde dich auf jeden Fall an für das Webinar am 6. November. Link ist hier in der Videobeschreibung. So, haben wir auch jetzt die Werbung gleich mit untergebracht. Aber nichtsdestotrotz bereite ich mich auf einen Crash, auf einen Kursrückgang und vielleicht sogar eine große Krise an den Finanzmärkten vor. Und ich will dir heute mal ein Video zeigen, wie ich das tue. Die erste Frage ist aber, warum mache ich denn das überhaupt? Und im Grunde genommen sollte das jeder einmal tun. Warum? Es gibt ja die einen, die gehen immer davon aus, dass immer der Markt zusammenbrechen wird. Also ich kenne, ich bin jetzt seit 1996 an der Börse aktiv und da gibt es tatsächlich auch andere Marktteilnehmer, die sind genauso lang wie ich dabei und von denen höre ich eigentlich seit 1996, dass die Börse vor einem Zusammenbruch steht, dass es diesmal der allergrößte Crash aller Zeiten kommen wird usw. und das wiederholen die wie eine gesprungene Schallplatte Jahr für Jahr für Jahr. Aber in dieser Zeit ist natürlich schon das eine oder andere passiert. Also die Dotcom-Blase im Jahr 2000, die Finanzkrise von 2007 bis 2009, dann hatten wir den Corona-Einbruch usw. und jetzt habe ich mir einfach mal überlegt, hey, was ist denn, wenn ich die nächsten 25 Jahre, da bin ich dann 78, wenn ich jetzt die nächsten 25 Jahre noch an der Börse aktiv bin und davon gehe ich aus, schließlich ist Meister Buffett ja schon über 90 und ist noch aktiv und mit was muss ich denn einfach statistisch rechnen? Okay, und da habe ich natürlich mal hier meinen schlauen Freund von JetGPT gefragt und ihr seht das hier, habe ihm folgende Frage gestellt, wenn ich die nächsten 25 Jahre an der Börse aktiv bin, mit welchen Rückschlägen oder Crashs muss ich statistisch rechnen? Bitte in Kurzform und Stichpunkten. Und jetzt hat er mir das hier sehr, sehr kompakt einmal rausgehauen, nämlich mit was muss ich statistisch betrachtet einverrechnen? Also Rezessionen alle fünf bis zehn Jahre. Das ist einfach so, dass alle fünf bis zehn Jahre kommt also eine Rezession. Das heißt, statistisch betrachtet habe ich in den nächsten 25 Jahren zwischen zwei und fünf Rezessionen vor mir. Okay, dann Marktkorrekturen. Was ist eine Marktkorrektur? Eine Marktkorrektur ist so zehn, zwölf, dreizehn Prozent und ein bis zweimal pro Jahr. Das heißt, ich muss also in den nächsten 25 Jahren zwischen 25 bis 50 Mal damit rechnen, dass der Markt zehn Prozent oder ein bisschen mehr zurückgeht. Das ist einfach statistisch normal. Und jeder, der sagen würde, das kann nicht passieren, Irre. Also es wird passieren. Wir wissen nicht, wie oft. Passiert es 25 Mal, passiert es 50 Mal, passiert es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber es wird passieren. So, dann Finanzkrisen. Ist ja auch alle fünf, sorry, alle zehn bis 15 Jahre. So, und überlegt mal, von 96 bis heute, das sind 28 Jahre. Da war jetzt dabei große Finanzkrisen, die Dotcom-Base, die Finanzkrise, Corona-Crash und natürlich auch noch viele, viele kleinere. Also Bond-Krisen und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier muss ich damit rechnen, dass ich mindestens, mindestens noch eine erleben werde, wahrscheinlich eher zwei. Also ganz normal. So, dann Zinsschock-Korrekturen. Also es irgendwie an den Zinsmärkten, was passiert. Das könnte vielleicht jetzt sogar demnächst mal, irgendwann in den nächsten Monaten der Fall sein. Ebenfalls alle fünf bis zehn Jahre. Also auch hier, zwei bis fünf Mal muss ich mindestens in den nächsten 25 Jahren damit rechnen. Geopolitische Krisen, unregelmäßig, klar, kann man nicht sagen, aber auch das wird es immer mal geben. Und dann natürlich hier schwarze Schwäne, unvorhersehbar, unerwartete seltene Ereignisse, wie die Covid-19-Pandemie, die die Märkte beeinflussen können. Übrigens, ganz interessant, der Erfinder des Begriffs schwarzer Schwan, Nassim Taleb, hat selbst gesagt, dass Covid-19 kein schwarzer Schwan war. Denn er hat sich da sehr, sehr zeitig schon damit beschäftigt. Und er hat damals, gerade als das losging, auch viele, viele Artikel und Kommentare veröffentlicht. Also wer mal Lust hat, der geht mal auf X, dem ehemaligen, das ehemalige Twitter, sucht man Nassim Taleb, geht mal in die Zeit zurück und werdet ihr noch ganz, ganz viel finden. Also deswegen witzig, schwarzer Schwan war kein schwarzer Schwan, nach der Auffassung des Erfinders, des Begriffes schwarzer Schwan. So, wir sehen also, es ist völlig normal, dass so etwas mal passieren wird. Und deswegen haben natürlich auch die Crash-Gurus aller paar Jahre mal Hochkonjunktur, weil das ist wie, wenn man sagt, okay, es wird ein Flugzeug abstürzen. Ist zwar extrem selten, aber wenn es halt passiert, und auszuschließen, können wir es halt leider nicht. Wenn du sagst, es wird ein Erdbeben geben oder es wird einen Mulkanausbruch geben oder ein prominenter Sportler wird sterben oder irgendwas. Das ist halt einfach so. Das ist unser Leben. Und deswegen müssen wir uns damit anfreunden, dass so etwas passieren wird. So, und wie mache ich das jetzt? Und da will ich euch eine ganz simple Vorgehensweise zeigen, die ihr sofort nach Ende diesen Videos anwenden könnt, denn die ist eigentlich sehr, sehr, sehr einfach. Und mir hat die eigentlich in den vergangenen Jahren immer geholfen, diese großen Wendepunkte zu erkennen. Also, wann kippt das Ganze? Zuletzt zum Beispiel im Jahr 2021. So, und wie mache ich das persönlich? Ich habe in meinem Chart-Programm TradingView, das werden die meisten von euch auch nutzen, habe ich verschiedene Watchlisten. Das heißt, ich schaue mir verschiedenste Dinge an. Und das sind so Dinge wie, wie laufen die Aktien im DAX, wie läuft der Nasdaq und so weiter und so fort. Und ich habe allerdings auch eine Watchlist, einfach von Aktien, die ich für sehr, sehr interessant halte. Und jetzt in so einer Phase, merkt ihr, das sind fast auf Allzeithoche, manche sind auf Allzeithoche, sind das natürlich hauptsächlich Aktien, die gerade gut laufen. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, wir gehen mal hierher und wir schauen uns mal hier das eine oder andere an. Also hier zum Beispiel so eine Aktie, die jetzt gerade wieder hochkommt, Altjam, oder wir können uns, was haben wir hier noch, nehmen wir mal ein bisschen was, was vielleicht auch gut gelaufen ist, die letzte Zeit. Hier beispielsweise die Interactive Brokers, also da, wo wir auch unsere Konten haben, die Aktie ist gerade auf Allzeithoche. So, und jetzt sehen wir uns das Ganze mal an. Das sehen wir hier, die hat natürlich auch im Laufe der Zeit immer wieder größere Rückschläge erlitten. So, wenn wir hier mal das Lineare uns anschauen, Entschuldigung, dann sehen wir auch, dass diese Rückschläge durchaus groß waren, hier von 80 runter auf 30 Ende der 2010er Jahre. Also da geht schon immer mal ein bisschen was. So, und was mache ich jetzt? Ich schaue mir regelmäßig diese Charts an von vielen, vielen Werten. Das können Werte sein, die ich spannend finde. Das gehört natürlich ganz klar, aber auch die Großen dazu, die Apples, die Amazons, die NVIDIAs und so weiter und so fort. Und dann wirst du immer mal wieder etwas sehen und da zeige ich euch mal was anderes. Zum Beispiel hier eine deutsche Firma, das ist Hypoport. Und Hypoport, das ist eine Firma, die machen Baufinanzierungen unter anderem und die sind natürlich extrem, extrem kalt erwischt worden von der Anhebung der Zinsen und von dem Einbruch des deutschen Immobilienmarktes. So, und wenn du dir diesen sehr, sehr langfristigen Chart anschaust, hier, dann siehst du, wir hatten hier eine lange, lange Aufwärtsbewegung und gerade das ist ja ein Monatschart. Also jede Kerze, also die grünen oder roten Dinger hier, die stellen immer den Verlauf eines Monats dar. Und da geht mir es jetzt gar nicht um den Preis, sondern nur, geht es jetzt insgesamt nach oben oder geht es jetzt nach unten? Und dann siehst du hier oben, dass da so eine Bewegung stattfindet, da geht es nicht mehr nach oben, da geht es zur Seite und dann kippt der hier so weg. Und immer, wenn das passiert mit einer Aktie, dann schiebe ich die weg. Dann wird meine Watchlist, wo ich eigentlich nach Long-Einstiegen suche, wo ich nach Aktien schaue, die spannend sind, dann schiebe ich die in eine Shortlist rüber. So, und das kann ich euch auch mal zeigen. Also das ist momentan, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, auch die Werte hier rausnehmen. Das heißt nicht, dass ich in den Short bin, das ist nur eine Watchlist Shorts. Und da gucken wir uns mal ein paar an und da sehen wir beispielsweise jetzt hier die Siemens Healthliners. Also Wert aus dem DAX. Und da sehen wir hier Hochpunkt irgendwo im Jahr 2021 gehabt, im Dezember und dann ging es so nach unten weg. Und da habe ich dann diese Aktie in meine Shortlist geschoben. Okay, oder wir gucken uns was anderes an. Wir nehmen mal hier Rheinmetall. Rheinmetall hat ja durch den Ukraine-Konflikt, durch den Ukraine-Krieg unglaublich profitiert. Die Aktie ist super gelaufen. Und jetzt sehen wir, dass die Aktie jetzt hier so ein bisschen seitwärts läuft. Da passiert nichts mehr. Die geht nicht mehr hoch. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, die Aktie fällt, sondern ich sehe einfach nur, oh, die hat ja diesen Aufwärtstrend, den sie viele, viele Monate hatte, unterbrochen. Also schiebe ich sie erst mal in meine Watchlist. Briche die jetzt wieder nach oben aus, schiebe ich sie wieder in meine Longlist rein, einfach um zu schauen. Und so wird Folgendes passieren, nämlich, dass wenn sich wirklich ein Börsenumbruch darstellt, also wenn so langsam die Werte kippen, dann glauben immer viele, das geht so, heute noch alles Hurra, Hurra, Hurra und morgen geht die Welt unter. Das passiert aber nicht. Sondern was passiert? Die Märkte kippen langsam nach oben weg. Warum kippen sie langsam weg? Weil sie brauchen oben erst mal eine gewisse Zeit, um das Ganze umzuverteilen. Also es dauert eine gewisse Zeit, bis das Ganze weggeht. Und dann siehst du eben, dass so nach und nach die Aktien hier reinlaufen. Was weiß ich, ich habe ja eine Adobe drin. Schönes Beispiel. Die Aktie hier geht hier eine gewisse Zeit seitwärts, dann kippt sie nach unten weg, dann geht sie hier jetzt wieder nach oben, macht hier ein niedrigeres Hoch als hier, geht runter, wieder ein niedrigeres Hoch. Und nochmal, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, Adobe wird fallen oder Rheinmetall wird fallen. Es geht einfach nur darum, dass ich mir anschaue, welche Aktien machen nicht mehr mit. Und wenn du plötzlich merkst, es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil, was haben wir zum Beispiel 2021 gesehen? 2021, als der Markt eingebrochen ist, im Frühjahr sind die ganzen ehemaligen Top-Werte aus dem Corona-Run weggebrochen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Zoom, kennen viele von euch. So, die sind bis 2021 hier fantastisch gelaufen und dann kippten die hier nach unten weg. Und dann war aber, und wir können das mal hier vergleichen, wir machen mal hier den Nasdaq dazu, und da siehst du, ich mache das nur mal hier an der Stelle hin, da siehst du hier unten den Nasdaq, der ist noch monatelang weitergelaufen und da war diese Hype-Aktie allerdings schon gefallen. Das haben wir mit ganz, ganz vielen Aktien gesehen. Das haben wir auch gesehen, zum Beispiel mit dem ARC-ETF und mit vielen, vielen anderen Dingen. Das heißt, ich schaue mir viele Hype-Sachen an und wenn die dann anfangen zu kippen, dann weiß ich, oh, da ist irgendwas, da passt irgendwas mal nicht. Und das ist so eine ganz, ganz einfache, simple Methode, dass ich einfach sehe, momentan ist der Eimer, wenn wir uns jetzt mal uns vorstellen, wir hätten zwei Eimer, der eine Eimer ist mit Aktien gefüllt, die ein Long-Setup haben und der andere Eimer ist gefüllt mit Aktien, die einen eher Short-Setup haben. Momentan ist der Eimer mit dem Long-Setup bis oben hin voll. Super schöne Marktbreite, alles läuft. Kann es eigentlich mit fast allem momentan Geld verdienen. Und der Eimer mit den Short-Aktien, der ist relativ leer. Und wenn ich jetzt merke, das schwappt so langsam rüber, dann weiß ich, okay, da ist irgendwas plus natürlich noch viele andere Dinge, die wir zum Beispiel in unserer Morgen-Routine in der Academy verarbeiten, wo wir noch auf andere Dinge schauen wie Volatilität, wie Marktbreite, Moving Averages und so weiter und so fort. So gibt es auch Videos hier auf YouTube, könnt ihr mal schauen. Und so kann ich mich eigentlich, deswegen habe ich auch keine Angst. Viele Leute hatten ja immer Angst. Viele denken immer, oh Mensch, wenn ich jetzt Long-End bin und ich bin voll investiert und dann morgen kippt der Markt weg. Aber glaubt mir, der Markt kippt nicht von heute nach morgen weg. Das hat es nicht gegeben. Also ich zeige euch auch gerne nochmal, weil das ja viele immer nicht glauben, ihr könnt uns mal gerne anschauen. Wir bleiben mal hier beim Lastech, gucken wir uns den mal an und wir gehen mal hier ins Jahr 2021 zurück. Sorry, 2020, so lange ist das schon her. Wir gehen mal hier in die Corona-Phase rein. Das war eine der aller seltensten Situationen, wo der Markt sehr schnell nach unten weggekippt ist. Aber selbst da hast du hier relativ schnell erkennen können mit all den Nachrichten, die draußen rum waren, da stimmt irgendwas nicht. Und das war das Schnellste, was wir hier gesehen haben. Aber wenn du dir anschaust, beispielsweise hier, der 21er Einbruch, also ab November 21, das geht nicht von heute auf morgen. Und dann diese Abwärtsbewegung, die durchaus deutlich war, 35 Prozent, die hat viele, viele Monate gedauert. Wenn wir mal zurückgehen, wir gehen mal ins Jahr 2008. Also zur Finanzkrise. Da sehen wir auch hier 2007 gibt es einen Hochpunkt, niedrigeres Hoch, dann kommt das hier so runter und die große Krise, wo dann alle das gemerkt haben, die war dann erst hier. Also viel, viel später. So und was will ich dir damit auf den Weg geben? Also du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben, dass der Markt dir einfach so wegbricht. Und viele haben Angst, deswegen sind sie in den guten Phasen nicht investiert, sagen, ich glaube, da kommt mal irgendwann was und deswegen muss ich jetzt schon alles verkaufen, deswegen muss ich Cash aufbauen und so weiter und so fort. Führt aber dazu, dass du in den guten Phasen nie voll investiert bist und eigentlich permanent immer unter Angst lebst. Und selbst wenn dann was passiert, dann siehst du es zu spät und dann denkst du, oh, jetzt muss ich irgendeine Aktie shorten. Aber die ist vielleicht schon, 50% gefallen, dann kriegst du es mit. Dann ist aber im Grunde genommen der Großteil auch schon gelaufen. Das heißt, die sind dann auch wieder zu spät in ihren Shorts drin. Und umgekehrt mache ich das natürlich dann auch, dass wenn dann alles fällt, alles fällt und meine Shortliste ist riesengroß, nochmal, das heißt nicht, dass ich in allen Short bin, aber ich beobachte das halt. Und dann fängt es aber so langsam an auch wieder zu drehen und dann geht wieder mehr in die Longrichtung rein. Und dann kriegst du auch das wieder mit. Also das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr die großen Bewegungen an der Börse nicht mitbekommt. Was passiert heute? Keine Ahnung. Was passiert morgen? Keine Ahnung. Was passiert in den nächsten zwei Wochen? Keine Ahnung. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, mit denen man agieren kann und du erkennst immer die großen Umbrüche. Also die ganz, ganz großen Bewegungen. Ob es mal 5% runter geht oder 6, 7, das kriegst du nicht mit im Vorfeld. Da musst du schon sehr, sehr nah dran sein. Aber diese 15er, 20er, 30er Bewegungen nach unten, vor denen ja alle Angst haben, vor denen brauchst du keine Angst zu haben, weil die erkennst du, wenn du weißt, wie es geht. So und ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was für dich mitnehmen. Probier da mal ein bisschen rum, probier da einfach mal ein bisschen aus, leg dir solche Watchlist an, schau dir das regelmäßig an, nimm dir beispielsweise ganz einfach, nimm dir mal alle Aktien aus dem DAX und schau die dir an und dann wirst du sehen, wann kippt der und wann kippt er nicht. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, schön, dass du dabei warst. Nicht vergessen, 6. November, einen Tag nach der US-Wahl, dann wissen wir, wer der oder die neue Präsidentin ist. Wer der neue Präsident ist, redet noch nicht im heißen Brei, also das wissen wir dann und deswegen am 6. November, 18.30 Uhr, Deutsche Zeit, Webinar, Link ist hier unten drin, wir haben schon, ich glaube, zweieinhalbtausend Anmeldungen, melde dich auf jeden Fall noch an, wenn du einen Platz haben möchtest. Das ist super, super spannend. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, danke für alle, die abonniert haben, fleißig kommentieren, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.